Jo Schaus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Dani Mafiosi, heißt der Song. Leute, ihr habt reingeschrieben, reagier auf Dani, Dani, Dani. Ich habe so oft diese Kommentare bekommen. Als nächstes Mafiosi abchecken. Wir checken ab, Leute, gucken wie das ist. Ab jetzt haben wir auch das, was halb YouTube Deutschland hat. So, ich habe es noch nicht eingestellt, Leute. Das soll eine M-Form sein, dies, das. Ich weiß noch nicht, wie das gut im Licht rüberkommt. Noch nichts eingestellt, wie wir die Farben machen. Ob ich das so lasse, dass erst wenn ich spreche, die Farben sich ändern, noch gar nichts gemacht. Gucken, wir können es auch viel langsamer machen. Es kann auch nur immer eine Farbe sein. Könnt gerne reinschreiben, wie Vorschläge reinschreiben. Gucken, Dani ist am Start. Das ist seine erste Single. Soweit ich weiß, das Signing von Enno. Ich habe Dani jetzt nicht aktuell, also nicht immer verfolgt. Aber, ja, ich sage mal, ein, zweimal habe ich was gesehen auf Insta. Und ich muss sagen, der Junge hat einen Flow. Und bin mal gespannt, was das... Also, ich kenne ihn etwas durch Instagram. Gucken jetzt mal, wie seine Single wird. Gucken wir mal, gucken wir mal. Let's go. Reaction ist da. Mit dem Licht ist da. Let's go. Bruder, ich dachte, das wäre mein Handy. Okay, kurzes Intro gehabt. Ich bin ja nicht so Fan von Intros. An sich langen Intros und so bin ich kein Fan. Aber war ein kurzes Intro. Ist kurz gehalten perfekt. Das heißt, auch Leute werden den Song streamen. Natürlich schlau. Bin jetzt mal gespannt, Alter. Ob er richtig heftig mit Flow und dies und das reinkommt. Hat er seine Haare gefärbt? Weil ich glaube, ich habe mal auf Instagram gesehen, dass er andere Haare hat. Ist jetzt auch egal. Flow, er kommt rein. Einstiegsfall. Ich mag sowieso stockende Flows. Bin ich Fan von. Wenn man eine kurze Pause mit dem Flow macht. Die Flow-Variante gefällt mir gut. Habe jetzt nicht geguckt, wer Bild und Video gemacht hat. Okay. Bis jetzt kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber es ist bis jetzt positiv. Kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Aber komm, wir schätzen. Ich schätze ihn auf. Keine Ahnung, Alter. Ich habe keinen Plan. 18, 19. Könnt man gerne reinschreiben. Boah, der Übergang war nice. Und dann er kam rein. Ich weiß nicht, Italienisch, denke ich, spricht er gerade. Auch nice. Italienisch, warum nicht mit der ersten Single. Schlau, schlau, schlau. Taktik wurden hier auf jeden Fall eingesetzt. Was ist das, Alter? Was macht er da? Da hat er auch gerade gesehen. Da an der Tafel links. Guck mal. Was steht da? Wir machen niemals Geschäfte mit Bullen. Die Ehefrau muss respektiert werden. Keine Brüder. Beklauen und belügen. Immer loyal sein. Alles, was du machst, gibt die Hand, glaube ich vielleicht. Dani. Fuchs stand hier auch am Start. Also Punkt 2. Der sowieso. Okay. Park, auch wenn ich sterbe, so ein krassen Hype. Blank, drink, kalt. Gib mir paar Wochen, die springen. Es war ja, 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 ja. Sogar Polizei. Ja, 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 ja. Findet Mafiosi geil. Okay, schöner Übergang auch. Schöner Übergang. Also ich sag mal so, bis jetzt, ich hab kein krass schnell Flow von ihm gehört, weil, äh, Bruder, wenn ich mich richtig erinnere, auf Insta, er hat zerlegt. So. Hab ich jetzt bis jetzt noch nicht gehört, aber auch nichts, was ich jetzt, äh, schlecht kritisieren würde. Heißt. Okay, man merkt auf jeden Fall, man merkt auf jeden Fall, dass Eno im Spiel ist. Man merkt es auf jeden Fall, auch Hook italienisch. Ich hab, mir hat die Pre-Hook gefallen, dieses, ja, 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 la, 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 la. Das hat mir auf jeden Fall gefallen und jetzt, italienische Hook ist auch am Start. Ich weiß nicht, Flow gefällt mir auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht dieser schnelle Flow, den ich erwartet hab. Ich dachte wirklich, er kommt jetzt mit nem schnellen Flow, zerlegt die Szene. Aber es ist taktisch auch klug, mit der ersten Single nicht direkt so schnell zu kommen. Weil die Leute, die dich kennen, die kennen dich mit dem schnellen Flow. Und mit dem Song, ein bisschen langsamer Flow, erreichst du noch mehr Leute. Ich geh mal davon aus, dass er mit seiner zweiten Single krass schnell kommen wird. Oder vielleicht jetzt, weiß ich nicht. Also ich sag, ich sag mal so, Song gefällt mir. Song gefällt mir gut, hat mir gefallen. Flowwechsel war drin, Pre-Hook, bisschen mehr gesanglich orientiert, Hook italienisch. Ich feiere sowieso, dass wenn Deutsch mit einer anderen Sprache gemixt wird. Vor allem italienisch sehr selten, muss man auch sagen. Muss man sagen, sehr selten. Ich feiere das einfach, wenn eine andere Sprache noch reinkommt. Sei es zum Beispiel türkisch, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber Enno hat das ja krass etabliert in der Deutschrap-Szene. Aber türkisch feiere ich am meisten. Italienisch, spanisch, kurdisch, russisch. Okay, es ist sogar mehr italienisch. Also so ein bisschen, ich sag mal, an Mero Olabilir. Mero hatte ja viel türkisch drin gehabt. Normalerweise, Deutschrap, wenn er eine andere Sprache ist, ist es meistens nur die Hook. Aber du hattest in Part 1 italienisch, Hook italienisch, nochmal italienisch und nochmal Part 2. Warum nicht? Warum nicht? Ist sowieso eine schöne Sprache. Ich check zwar kein Wort, aber doch. Ciao. Ciao. Ne, ich dachte immer, dass... Ich komme so, wenn ein Italiener Ciao sagt, ich dachte mir immer so damals, Alter, was geht jetzt ab? Aber das heißt, ne, hallo. Ich muss sagen, dieses Tick-Tack-Tick-Tack, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Aber das, was danach kommt, in der Pre-Hook, das jetzt, was danach kommt, dieses... La, 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 la. Das gefällt mir. Das ist ein Hype. Blitz geht lang. Drink geht kalt. Gebt mir über Wochen die String jetzt. Ja, 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 ja. Sogar Polizei. Ja, 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 ja. Findet Mafia sie geil. Ja, 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 ja. Liegt das am... Das ist nice. Das ist auf jeden Fall nice. Also trotzdem, für die erste Single, die er da gemacht hat, kann man sagen, was man will. Der Junge hat es drauf. Er kann auf jeden Fall rappen. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg, so dies, das. Und viele wollten auch, dass wir darauf reagieren. Schöner Song. Was sagt er da? Also, ich kann ja... Spanisch kann ich ja. Er sagt ja, me llamo. Auf Spanisch heißt es ja, ich heiße. Ich glaube, Spanisch-Italienisch ähnelt sich auch. Können wir gerne reinschreiben, was er in der Hooks sagt. Me llamo Mafiosi. Ich glaube, ich heiße Mafiosi. Mafiosi oder so. Ballert einfach rein in die Kommentare. Also ist ein schöner Song. Beat hat mir auch gefallen. Ich würde mir von ihm auch gerne was krass Aggressives, Dreckiges so wünschen. Weil auf Insta hat er es gezeigt. Denke ich mal, wird er auch in den nächsten Singles, wird er auch dann damit ankommen. Ich denke mal, auch viele seiner Fans wahrscheinlich haben sich das gewünscht. Gehe ich mal stark von aus. Aber wird er, glaube ich, auch dann kommen. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen zu Dani Mafiosi. Wenn ja, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben dalassen. Diesen Kanal kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.